Herzog Heinrich zu Bayern, dessen Tochter Elsbeth nach Brandenburg heiratete, und die Merker nur, dat schon Elsgen und Bayern nannten, soll das Rotwild zu sehr lieb gehabt und den Bauern die Rüden durch die Zäunen gejagt haben. Doch hielt er guten Frieden und litt Räuterei oder, wie die Kaufleute sagten, Räuberei gar nicht im Lande. Die Kaufleute hießen sein Reich im Rosengarten. Die Räuter aber klagten und sagten, kein Wolf mag sich in seinem Land erhalten und dem Strang entrinnen. Man sagt auch sonst von ihm, daß er seine Vormünder, die ihn in großen Verlust gebracht, ehe er zu seinen Jahren kam, gewaltig gehaßt, und einmal, als er über Land geritten, begegnete ihm ein Karren beladen mit Häfen. Nun kaufte er denselben ganzen Karren, stellte die Häfen nebeneinander her und hob an zu fragen jeglichen Hafen, »Wes bist du?« antwortete darauf selber, »Des Herzogs« und sprach dann, »Nun, du mußtest bezahlen« und zerschlug ihn. Welcher Hafen aber sagte, »Er wäre dem Regenten«, dem tat er nichts, sondern zog das Hütel vor ihm ab, sagte nachmals, »So haben meine Regenten mit mir regiert.« Man nannte ihn nur den reichen Herzog. Den Turm zu Burghausen füllte er mit Geld aus. *** *** ***